so leute jetzt für euch im test das peng 1 china knall die china knall box von funke hier enthalten sind funke frösche funke frösche b dann haben wir zwei packungen und eine packung china d fangen jetzt an mit den funke fröschen jetzt folgen die china büller b und als letztes aus diesem sortiment haben wir noch die funke d ballon so 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 so